Musik 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 So wie es an, so wie es ist, so wie es ist. Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir zeigen uns, dass unsere Körper zu uns nicht należy. Das, was wir von uns beurteilen, ist, was für alle Frauen in diesem Land. Wir leben in einem Land, das nicht für Frauen. Das war es schon gesagt hat, Katarzyna Paproga, auch ein Blogger, Sprotest. Polska ist nicht auf die Pohnen. Die Pohnen der Pohnen sind oft in der zweiten Teil der Pohnen. Die Pohnen sind sehr und sehr großartig. Der Pohnen ist ein Pohnen, in dem der Pohnen muss sie sterben. Wenn sie leben, ist nicht reanimiert. Die Pohnen wurden in der Pohnen. Das alles ist zgod. mit polnischen Pohnen. Das ist ein Pohnen, das zu schützen. Die Pohnen werden aus dem Pohnen aus dem Pohnen. Die Pohnen werden vom Pohnen aus dem Pohnen von Pohnen. Das ist ein Pohnen. Wir sind heute im Pohnen. Wir haben die Pohnen. Wir wissen, dass die Pohnen sind. Das ist eine Schutte. Denn sie brauchen sie uns, nicht wir, sie brauchen sie uns nicht. Wir müssen uns nicht sagen, dass wir uns nicht sagen können. Wir müssen uns solidaritär und organisieren. Wir werden uns organisieren. Wolle, weil wir uns nicht mehr wollen. Wir wollen uns nicht mehr wollen. Wir wollen uns nicht mehr wollen. Und ich bin ich von Gott. Und das nicht umgehen, um uns, kocham und rozumiem, um uns, kocham und rozumiem, um uns. Und das nicht umgehen, um uns, kocham und rozumiem, um uns. Und das nicht umgehen, um uns, kocham und rozumiem, um uns. Und das nicht umgehen, um uns. Applaus 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 Ordnung, Ordnung, Ordnung! Dzień dobry! Szanowni Państwo, kończymy na dzisiaj. Na dzisiaj kończymy, nie kończymy z tym rządem, nie kończymy z tym parlamentem, nie kończymy z naszą sprawą. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Szanowni Państwo, urodzamy! Wszyscy zgromadzeniami, urodzamy w kraju, a tak, nie są fantastyczne, ten jeden urodzamy, wszyscy zgromadzeniami, jedną zamknęliśmy, ja zamknęłam drugie, teraz Ola Kna, która organizowała marsz, który wszystko wstępuje, z koleżankami z koleżankami, zadnie tu trzecie! Zamykam zgromadzenie publiczne! Dziękuję! Brawo, Emy! KONIEC! Musik Musik